Diese Hunde sind mega mutig. Bilder aus Indien zeigen, wie ein Hund von einem hungrigen Leoparden angegriffen wird. Bilder einer Überwachungskamera zeigen das Raubtier auf Beutezug im Wohnhaus. Doch der Angreifer lässt schnell von seinem Opfer ab. Denn hinter einer Tür lauern zwei weitere Hunde. Mit so viel Gegenwehr hat das Raubtier ganz und gar nicht gerechnet. Der verdutzte Leopard kann es kaum fassen. Und so sucht das Tier irgendwann entnervt das weiter. Wilde Leoparden verirren sich in Indien oft in Wohnhäusern. Haustiere sind meist eine leichte Beute normalerweise. Aber diese Hunde sind pfiffig und halten zusammen. Gut gemacht. Verwender sich imreno. Die Hunde sind genau die Beute. Das cathedral geht um wirklich zu kreien und sägen. Verwender sich im Raum am Lied.